Monotonieverhalten. f von x ist gleich x² plus 2x minus 1. Willkommen bei Mathe mit Rick. Aufgabe lautet, untersuche das Monotonieverhalten und ich habe schon Extremstellen hier sehr präsent notiert. Das liegt daran, dass Monotonie, Extremstellen, erste Ableitung, diese Begriffe hängen eng miteinander zusammen. Wir tun so, als würden wir die Extremstellen berechnen, beziehungsweise wir machen das auch wirklich und hängen dann da die Monotonie an. Wenn wir die Extremstellen haben, ist die Monotonie nicht mehr weit. Step 1 starten wir, wie immer, notiere die notwendige Bedingung. In Zeile 2, f' von x ist gleich 0. Wenn du Monotonie oder Extremstellen liest, meistens Step 1, so kann man hier starten. Das heißt meistens, wenn da steht, berechne die Extremstellen oder untersuche das Monotonieverhalten, ist das der Step 1. Kann ja sein, dass die Aufgabe manchmal ein bisschen anders aussieht. Step 2, bilde f' von x, erste Ableitung, relativ simpel. f von x ist gleich x² plus 2x minus 1. Wir leiten ab, x² abgeleitet ist 2x. Aus 2x wird 2. Das ist die erste Ableitung. Die setzen wir jetzt 0, wie hier in der notwendigen Bedingung ihr fordert. Wir setzen die gleich 0 und statt x schreiben wir xe, weil jetzt schauen wir uns nur noch die möglichen Extremstellen an. Das sind die Stellen, die die Gleichung erfüllen, oder die x-Werte, die die Gleichung erfüllen. Und die Gleichung lösen wir. Das ist relativ simpel. Das ist eine lineare Gleichung. Wir können also auf beiden Seiten 2 abziehen und durch 2 Teilen kommen auf xe gleich minus 1. Das ist hier die mögliche Extremstelle. Relativ simpel. Step 4 heißt, erstelle eine Monotonie-Tabelle. Ich schreibe also hier in die Zeile x-Werte und hier f' von x. Und zwar wähle ich jetzt minus 1, den Wert, den wir gerade errechnet haben. Dann nehme ich einen Wert, der kleiner ist als minus 1. Ich wähle minus 2 und einen Wert, der größer ist als minus 1. Ich wähle 0. Die setze ich jetzt hier oben in die erste Ableitung ein. f' von minus 2 ist 2 mal minus 2 ist minus 4 plus 2 ist minus 2. Und wenn ich 0 einsetze, habe ich 2 mal 0 ist 0 plus 2 ist 2. Ich sehe einen Vorzeichenwechsel von minus, minus nach plus. 2 ist plus 2. Links von der minus 1 nimmt die erste Ableitung einen negativen Wert an. f' von x kleiner 0 bedeutet, die Funktion ist dort fallend. Fallend. f' von x größer 0 heißt steigend. Also ein Vorzeichenwechsel von minus nach plus. Die Funktion verändert ihr Monotonieverhalten von fallend in steigend. xe ist also eine Extremstelle, f nimmt ein Minimum an. In Step 5 stellen wir jetzt noch die Monotonieintervalle auf. Wir sagen, f ist streng monoton fallend für alle x im Intervall von minus unendlich bis minus 1. Das war der errechnete Wert hier. Und von minus 1 bis unendlich ist die Funktion streng monoton steigend. Fallend bis minus 1 steigend ab minus 1. Das sind die 5 Steps. Wir sehen hier den Graph in der Funktion. Ich habe hier den Tiefpunkt eingezeichnet. Die zugehörige Extremstelle heißt minus 1. Bis minus 1 ist die Funktion fallend. Sehen wir hier schön. Die Funktion, der Graph fällt, 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 bis minus 1. Und ab minus 1 steigend. Steigend, 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 steigend. Heißt, an der Stelle minus 1, an der Extremstelle, ändert der Graph sein Monotonieverhalten von fallend in steigend. Genau so würden wir hier vorgehen. Wir würden also so ähnlich vorgehen, als würden wir die Extremstellen berechnen. Der einzige Unterschied ist Step 5. Denn wir berechnen jetzt nicht mehr den y-Wert des Extrempunktes, sondern stellen stattdessen einfach die Monotonieintervalle auf. Wir bekommen irgendwie Vorzeichen in der Monotonietabelle und dementsprechend stellen wir unsere Monotonieintervalle auf. Da, wo die erste Ableitung negativ ist, ist die Funktion fallend. Dort, wo die erste Ableitung positiv ist, dort ist die Funktion steigend. Erste Ableitung kleiner 0 fallend, erste Ableitung größer 0 steigend. So gehen wir hier vor. Nice, danke dir für dabei sein, wenn du Bock hast auf noch mehr Mathe-Action. Ich verlinke dir noch ein paar Videos. Schau gern vorbei, wir sehen uns wieder. Lass es dir gut gehen. Ciao und tschüss. Dein Rick